hallo guten tag und herzlich willkommen an diesem montag 20 august 2012 luftig bekleidet bei 29 grad innen temperatur und draußen weiß ich gar nicht habe ich noch gar nicht geguckt aber es zieht sich langsam zu ich denke es wird gewitter geben oder regen ein paar tropfen waren auch schon aber ich will nicht über das wetter reden sondern über die neue seite jürgen westfalls stammtisch mit herz da hat den untertitel happy and gay kreuz und quer also für alle die dinge mögen die zu herzen gehen von herzen kommen oder vielleicht auch ein herz suchen weil sie ein einsames herz sind oder gebrochenes herz haben und trost brauchen da haben wir eine ganze menge zu bieten hoffe ich jedenfalls und wenn es nur ein kleiner scherz ist der ein bisschen ablenkt frau mümmelmann kommt auch am wochenende und mit der werde ich mich dann mal intensiver unterhalten über diese herzensgeschichten aus ihrer wahl heimat der schweiz und ja ich würde mich freuen wenn ihr ein gefällt mir klicken würde wenn es euch denn wirklich gefällt wenn es euch nichts bringt braucht er auch nicht gefällt mir machen also so scharf bin ich dann auch nicht darauf in diesem sinne macht gut ich werde mich regelmäßig per video mal melden bei euch bis dann tschüss tschüss